Ferienhaus Test, Ferienhaus Peppi. Wie ihr seht, einsame Stille, Ruhe pur. Wir haben keinen Sommer, sondern wir haben Ende Oktober, kurz vor Halloween. Das Wetter ist traumhaft. Wir genießen das in diesem wunderschönen Ferienhaus zu sein. Auch der Don Camillo genießt es. Der findet das richtig toll hier. Da sind ein paar Wildkänse. Die verlassen hier gerade den See. Wunderschön. Absolute Ruhe. Man kann angeln. Surfbretter sind auch vorhanden. Einfach nur traumhaft. Und auch das Haus ist super.